Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Ich möchte mich in erster Linie bei allen Abonnenten, bei allen, die die Box einzeln mal bestellt haben zum Testen und an die Probeabonnenten ein Dankeschön aussprechen und mich bei ihnen bedanken. Dass ihr das Vici Magic Atelier dahingehend unterstützt, dass die Magie auch weiter nach außen getragen werden kann, dass sie sich auch verbreiten kann, dass auch ich wachsen kann und die ganzen Ideen, die ich habe. Ihr habt, soweit ich weiß, große Freude mit der Vici Magic Box, die sich auch wieder zum nächsten Jahr 2020 verändert hat. Und auch hier thematisch im Jahr 2019 schon einen kleinen Aufschwung erleben durfte, ist es neues Wissen dazu gekommen, neue Ideen. Vielen Dank.